Mama, kommst du mal? Ja, ich hab uns hier vorbei. Kommt jetzt an die Saison an. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, warten wir gleich. Und jetzt wir haben Lüge. Es ist ja, wir sind langfristig dabei. Dies ist ja, wir sind langfristig dabei. Wir sind langfristig dabei. Wärst du noch mal wirklich? Hier haben wir den alten Kloppen. Vielen Dank.